4 Euro pro Person. Wie viel? 4. Ja, das ist für euch. Das ist doch super. Ja. Ja? Ja. Wenn der Pole jetzt anruft, gehe ich nicht dran, ne? Kamera sitzt. Ja. Kamera läuft? Ja. Okay, los geht's. Oh. Ist auf jeden Fall laut. Oh scheiße. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Jaja. Dreck. Oh nie. Oh, jetzt. Oh no. Ohноoo. Jetzt wird es cool. Jetzt wirds kühlt. Ja, 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 ja! Oha! 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 Der Tod ist doch nicht auf, ne? Was? Der Tod ist auf! Oha! Noch auf Ton! Okay! Oho! Okay! Geht's auf? Ja! Oh Gott! Oh Gott! Papa, Ton ist auch drauf! Das war irgendwie ganz cool, ne? Alter! Haha! Das sieht richtig aus! Cool! Das war cool! Achtung! Hier werden sie fotografiert! Fotografiert! Was machen wir mit denen? Die behalten wir, die geben wir ab! Da kommt gleich einer! Ab jetzt film ich! Auf geht's! Wir drehen mal kurz hier! Dann handeln wir mal! Jetzt noch dabei sein! Jetzt noch mal mitmachen! Probe jetzt aus dann! Als ob's jetzt schon los geht, Mann! Es ist noch voll leer! Ja! Was sitzt los? Wahrscheinlich mach mal so, ne? Weil sonst ruckel ich immer voll hinterher! Weiß nicht! Auf geht's! So, so müsste auch gehen! Weil ich ruckel sonst immer voll hinterher! Alter, die Kamera wird wahrscheinlich so ruckeln! Ich hab den Gurt nicht so fest! Alter, die Kamera wird wahrscheinlich so ruckeln! Ich hab den Gurt nicht so fest! So! Also das geht jetzt 5 Minuten so! Echt ja? Ja! Nein! Oh Gott! Also hier musst du dich, du musst dich gut festhalten! Merlin, so reicht nicht! Ich mach so, ich mach so, das ist gut! Okay, let's rumble! Oh! Alter, geil! Nein, Spaß! Das wird noch! Hoffe ich! Zumindest! Also! Ich hoffe, dass es noch doller wird! Wir bewegen uns da oben! Ja, es wird noch doller! Das wird noch! Das wird noch! Hoffe ich! Ich hoffe, dass es noch doller wird! Wir bewegen uns da oben! Der goldene Gondel mal hier abgeflogen ist, ne? Echt? Ja! Ich mach dir jetzt schön an! Ja! Alter, wie schnell wir uns drehen! Alter, guck mal die an! Wie schnell die sich drehen! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Fuck Merlin, du bist zu schwer, Mann! Wir drehen uns viel zu schnell! Alles auf, Mann! Wir sind immer so weit wie der Halle! Ich weiß noch nicht! Und Gas geben! Oh, was ist das? Juhu! Ja, jetzt gibt er Gas! Und wer dir schon übel? Ich hab einen Adrenalinkrick! Fuck! Ja, jetzt drehen wir uns mal andersrum! Nein, doch nicht! Doch nicht andersrum! Scheiße! Ich will mich mal andersrum drehen! Wir müssen über das Gesicht schreien, damit die anderen denken, das ist cool! Oh nein! Oh nein! Oh Mann! Mehr! Oh-oh! 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 Hey Freunde, wir denken doch mal los hier! Macht mal eine große Schwelle! Achtung-Finale! Oh! Hey man, eben war noch Halbzeit, jetzt ist Finale. Warum ist denn jetzt schon Finale? Alter, wie schnell ihr euch dreht. Guckt ihr das mal an. Wie schnell die sich drehen, Mann. Gut, dass wir uns nicht so schnell drehen. Jetzt noch mal drehen hier. Wir drehen uns voll wenig. Das liegt daran, dass Papa schwer ist und Ben leicht. Wir scheinen relativ, naja, ich glaub schon, dass ein schwerer ist, aber egal. Papa war nicht zufrieden. Das war zu viel, die eine Richtung. Oh, nee, das war gar nicht gut. Ja, das liegt daran, dass es schwer ist und Ben leicht. Ja, aber... Irgendwann waren wir uns eingefendet. Wir sind die ganze Zeit immer nur im Bereich in die eine Richtung. Das ist ein mega festhalten. Bei mir war die Spanke noch so viel drüber wegen Papa. Ja, die Geschwindigkeit auch jetzt halt. Was ich beim letzten Mal so zufrieden habe, das war das gleiche Gerät. Da geht das immer hin und her. Dieses, das mag ich gerne, aber eben so in eine Richtung... Das ist ja blöd. Und... Oh nein, ich will das nicht. 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 Scheiße! Ah, ja. Dann haben wir wieder Contest-Zeit, ne? Wer hat die kürzeste Hose? Komm hin! Hey, hey! Du? Aber wir wollen nebeneinander. Wir wollen gerne alle nebeneinander. Nein! Alleine! Bitte, Leute! Wir gehören zusammen! Wir gehören zusammen! Ganz hinten! Hier, oder? Hier, hier! So, Leute! Ich sitz hier! Komm ich noch mit, hier! Okay! So! Das war's mit deinem Tut, wa? Ops! Salat! Hat's ja lange gehalten! Oh! Schade! Dann nehme ich mit, ja! Boah! Boah! Alter, jetzt hab ich Angst! Hör mal die Kamera! So! Guck mal, die passt genau da rein, die Kamera! Das ist extra, ne? Hä? Ich hab meine Mutter verbrochen mit Eilen wieder zurückgekommen! Ich hab meine Mutter verbrochen mit Eilen wieder zurückgekommen! Oh Gott! Da eben, eben, ne? Da saß so ein... Papa! Was? Eben, in der Fahrt, eben saß ein Mann da so, so richtig gechillt! Die Fahrt, das ging so alles so tschu 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 tschu! Und der saß da so... Das geht überkommen! Das geht überkommen! Ja, ja! Das geht überkommen! Das ist wie so eine! Ist das sicher? Oh Gott! Ist das sicher? Oh Gott! Ist das sicher? Oh Gott! Jetzt zittert's richtig! Das ist das sicher! Ich hoffe, das ist sicher! Die Backloop 360. So, dann schauen wir mal. Achtung, Achtung, jawoll, die Händchen an die Hände stinken. Jetzt gibt's kein Zurück. Das geht nicht, das ist viel zu eng für mich. Ich mach das hier. Oh Gott, diese Lache auch noch. Der lacht auch noch so viel. Scheiße, Scheiße. Gott, ich bitte auf Fortuna. Die Schnalle ist für mich ein bisschen locker. Oh Gott, du zitterst richtig. Ich zitter aber auch. Scheiße, das ist mir jetzt schon zu heftig, ehrlich gesagt. Das ist mir jetzt schon zu heftig. Nein, nein, nein. Nein. Jawoll. Oh Gott, dieser Druck, wenn man unten ankommt. Oh Gott, wir bleiben ja oben. Oh Gott, die Beine. Oh Gott. Oh Gott. Die Beine. Oh Gott. Fuck, Mann. Oh nein. Oh nein. Jetzt wackelt das auch noch. Nein, ich wacke es. Das ist nicht der Ernst, oder? Mann, die wollen mich ja umbringen. Nein. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Nein. Nicht wahr. Nicht wahr, Mann. Meine Stimme ist also heute Abend am Arsch. Meine Stimme ist heute Abend am Arsch, wenn ich so schreie, Alter. Das ist gut, dass das Fischbrötchen noch nicht drin ist. Alter. Ist wirklich so, ne? Wollt ihr noch mal? Ja. Wollt ihr noch mal? Ja. Wollt ihr noch mal? Wollt ihr noch mal? Guck mal, Andreas Zinneng exklusiv. Nein. Oh. Ah. Alter. Ja. Dann schreit sich die Seele aus dem Leib, Alter. Aua. Ja. 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 Alter, wie du schreist, wenn, Alter. Wenn schreit ja übel ist. Ja. Ja. Super süß und super sexy, ne? Ja. Alter Schwede. Alter, ich hab die ganze Zeit hier und die Beine so angezogen. Na, Merlin. Ich hab die ganze Zeit die Beine so angezogen. Und hier festgehalten hab ich dich die ganze Zeit. Super. Ja. Ja. So, Freunde. Aaaaaaah! Schön! Alter! Ich bin so froh, dass mein Handy nicht in der Hosentasche war. Alter, meine Arme! Meine Arme, Mann! Ich habe mich die ganze Zeit richtig festgeklammert. Ich habe mich nur so festgeklammert. Ja, ich nur so, Alter. Aber ich muss sagen, das war bis jetzt das Beste von den drei. Absolut geil! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.